Ich dachte zuerst, da fielen ein paar Worte Richtung Cemal, der diese Partie schreibt, aber ich glaube, da war er einfach selbst mit sich unzufrieden und wirft jetzt gleich darauf eine 180. Jetzt haben wir sie noch, faires Abklatschen von Lukas. Und jetzt gleich die 180 als Antwort. Achtung! Stark! Ja, was? Unglaublich! 2 180 Einfolge.